Wie funktioniert sowas? Wahrscheinlich mit WorldEdit Boah, Junge, du bist so gut, ne? Oh, warum hab ich ne 1 geschrieben? Topps, Topps 1 Ja Nein, du rückst nicht auf den Schalter Nein, das rückst du nicht Nein, das rückst du nicht Nein, das rückst du nicht Das tue ich nicht Nein, das war die falsche Truhe Wie heißt denn diese Map? Möchtest du mir den wunderschönen Namen mal vorlesen? Was ist das denn? Och Junge, du Ach du Scheiße Guck mal nach Nein Mann, jetzt hab ich ein Fail mehr wegen dir Arschloch Boah Ja, guck mal, wie viel failst du denn, Jonas? Halter Schlecht? Nein Jetzt muss ich das schaffen, sonst bin ich mit mir selbst nicht zufrieden Ja Ja Also ich hab's geschafft, ich weiß nicht wie's da fehlt Ich hab ja auch Ich hab ja auch Optifine kurz drauf gemacht Vielleicht einiges Vielleicht machen wir das ja mal so Oh Minecraft has one out of memory WTF? Ah, sehr gut Minecraft has one out of memory Sehr gut Was ist das denn? Ende der Datenübertragung Yes Bis gleich So Wieder da Ich weiß nicht, was mein Minecraft im Moment hat Okay Sex Sex mit Tieren Punkt com War das glaube ich So Kann das jetzt mal eben kurz zu Ende laden Kurz mal mit Optifine reinzoomen Wollte mal pinkes Toilettenpapier, so wie bei dir zuhause, Nick, ey So Looy, mein Boot ist kaputt gegangen Alter bin ich schlecht, ey Ach du Scheiße, bin ich schlecht, ey Ich wollte so rechts an der Plattform vorbeigucken, so, ne Und da fall ich da runter Das ist natürlich ein starker Leiter, mein Junge, oder? So 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 Wo bleibst du denn? Danke Mein Ei Mein Diamant Nur eins Nein Hast nur ein Ei So wie der One Egg Soll ich mal den Namen nennen, denn dann Du Schirm bist du pieten, hast du mal nimmer? Ja, dann schicke ich dir morgen die Aufnahme Kannst du Schirm pieten Dann ist sie allerdings garantiert nicht morgen oben Ja, stimmt Dann hochladen zu dir, dauert schon bis morgen dann bei meinem Internet Boah Junge, ich hab schon sechs Diamanten, hast du überhaupt schon einen? Ich hab ein Becken Nein 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 Wie geht das denn, Alter? Du musst einfach nur in die Spinnenleben springen Ja, ne, ist klar Ich bin schon klar Ja, dann ist gut Warum machst du das denn nicht? Ja, das hat grad bei mir irgendwie richtig gefehlt Hat es gelagged? Ne, ich bin dann ungefähr borgen hier raus, ne? Ne, ne, das dauert gar nicht so lang Erstmal ein paar Äpfel essen Oh Oh Das war natürlich schlau Oh Junge, Alter, wieder gebraucht hier noch mehr raus Scheiße Boah Ah Also ich bin jetzt schon draußen Na? Danke Kein Ding Danke Kein Ding Danke Danke Das war zu weit Äh Bist mir nachgesprungen, sagst du? Ja Geil Aber ey, der Urtisch war das von dir Richtig Ich schlag dich jetzt mit dem Stock Ich schlag dich mit dem Stock und der hat nen Trank in der Hand, ey Warte mal Nein Nein Schlecht Was? Was ist denn da vorne, ey? Was ist denn da vorne, ey? Das ist doch ne awesome Küche hier Äh Und wo bin ich hier? Was soll das darstellen? Wo muss ich überhaupt hin? Nein Ich glaub ich muss nach da Ich glaub ich muss nach da Schau ich das? Nein Nein Ich hab mal den langen Weg gewählt Heute Schön Triff ich mich nicht Ja, und? Ich muss das beleidigen Ja Du Arsch Ich probier's nur mit Oh, was hab ich probier's Mach doch Man kann's schaffen, aber du wahrscheinlich nicht Nein, nein Manchmal 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 Aber nur manchmal Boah Wer das Lied kennt, Alter Da ist schon ein Babo bei, ey Ja, richtig Richtiger Hardcore Babo So, ich bin ja übrigens unten So, ich bin ja übrigens unten Äh, warte, ich komm auch mal Gleich Hm Oh Hm Ich weiß nicht, was ich grad gefunden hab Was? Fängt mit D an Äh Äh, keine Ahnung Mit D Hm Ist natürlich schwer Mit D Ne, mit Y Bist du mal fertig? Warte, ich bin nicht kack gemacht Naah Wieso muss ich grad jetzt nachdenken Wie unglaublich dumm du bist, oder worüber musst du nachdenken? Nein Was ist mit D meinst? Guck mal was ich in der Hand hab Guck mal was ich in der Hand hab Ah 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 Na Junge, das war ne schwere Geburt Ja und jetzt hier auf den Toaster Das hast du übrigens überlebt Scheiß Gamer Ja, ich muss Ja, ich muss Den Leuten, die Nur wegen dir noch länger gucken Muss ich ja was bieten Ähm Nur wegen mir Ach, da hab ich ja schon leider sieben Diamanten Wie viel hast du denn? 50 Loll Loll Wo muss man da hin? Achso, der Nulltag Achso, der Nulltag Oh mein Gott, ich bin mal gespannt Hast du es geschafft? Ja Hast du es geschafft? Ja Richtig Ja Hast du das grad schon gesagt? Hä? Muss ich piepen? Nein, hab ich nicht Okay Junge, warum leckt das so bei 60 frames, ey? Ich bin professionell, weil ich sag so weit, ne? Hat man ja in der SkyBlock Ach, was für SkyBlock stimmt SkyBlock Warte, das gibt es ja nicht mehr, ne? Oh Was denn? Was denn? So, warum muss ich hier hin? Ich hab den Korko Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ey Tobi, ist mir auch nur Spaß Warum muss ich hier hin? Dein Ernst Oh Fuck Schießer Ich werf das weg Du sollst es wegwerfen Nicht das Bett Du sollst es wegwerfen Nicht das Bett Das hier? Ja Weiter geht's L L Lol Ich hab grad Ich hab grad extreme Bugs Da ist die nächste Welt Danke Danke Das hat's äh gebracht Geil Mein Kopf Du sollst es Weiter geht's Das Spiel zeigt mich grad ein bisschen an Weil an meinem Computer kannst du eigentlich nicht legen Ja Ja stimmt doch Das ist doch nur die Tatsache Das Spiel zeigt mich grad ein bisschen an, aber ich hoffe das merkt man nicht zu doll, weil man möchte ja auch noch ein bisschen Unterhaltung bieten Ich habe versucht den RAM zu erhöhen, aber dann steht bei mir irgendwie immer ein Problem von Java, falls ich das noch jemand hab und weiß wie man das löst Ja, das wär mal richtig geil, weil dann könnte ich auch mal vernünftig aufnehmen Ja Ich mein, ich hab 16 GB Arbeitsspeicher und der benutzt hier 1 GB Und irgendwann schmiert die Scheiße halt mal ab Und darauf hab ich keinen Bock mehr Ich mein, ich hab grad auf nem Anderem Bildschirm Task Manager offen Ich hab grad 11% äh CPU-Auslastung Hab ich wahrscheinlich schon 1 Mio Wolltest du das jetzt mal schaffen, oder? Ne, ich lass mir Zeit, ich möchte die Map wirklich genießen Ich brauch noch ein bisschen Ja, tatsächlich, dass du die Map genießen willst Ja Boah Junge Was, was ich mir jetzt aufmach Ja Ja Einer von den 4, die noch hier sind Von Meinen Ne Wir sind halt 3,5 Bedürfnisse So, ja Aber du bist echt zu dumm, um zu kacken, Alter Junge Alter, ohne Spaß als wir das erstmal mal aufgenommen haben, da war ich nicht so schlecht Ja 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 Das stimmt, aber jetzt hab ich das bisschen drauf, du Ja Schlecht Ja Ja Weil ich nix anderes zu tun hab Jetzt werd ich auch gestorben, aber Nein Boah Ich hab die ganze Zeit noch auf 3 an, ups Wann hast du morgen? Die Flur, oder was? Naja 8 bis 6 hab ich morgen Schlecht Willst du? Nein, ich hab den Diamanten runter geworfen Wo ist er? 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 Ich glaub der ist im Feuerverband Scheiße Ich will den haben Wo ist der hin? Der bringt dir doch im Prinzip nichts, oder? Doch, einen dicken Spanneck Nein, nein, dein Leben wird sauerhaft gefühlt, oder? Ist bitter Ja klar, Junge Scheiße Der ist echt weg Traurig Scheiße, hast du Wichser den aufgesammelt, oder so? Nicht, dass ich wusste Boah Junge, jetzt seh ich hier auch unter Wasser was Ah, Hurensohn Hier zeigt er Jetzt zeigt er, jetzt zeigt er Hurensohn Jetzt zeigt er, jetzt zeigt er Ups Hey, aufregen Dev, tot Ach, ne Nicht schon wieder Nein, nein Nein Schade, dass die Aufnahme nicht mehr da ist, Alter Da hab ich echt 5, 6 Stunden dran gesessen Ja, auch 5, 6 Stunden, wenn du so lange haben wir Raum genommen Das war eine Stunde und 45 Minuten Und dann hab ich die Aufnahmen so oft durchgerendert, dass ich die nicht mehr schneiden konnte Hab ich sie kaputt gerendert Alter Der hab ich ja Grosio gestern gehabt, Alter Und dann habe ich das Jetzt Ich